Du hast nicht alle Tassen im Schrank. Wie weißt du das? Warst du bei mir zu Hause? Wie wusstest du, wie viele Tassen ich ursprünglich hatte? Verfolgst du mich schon mein ganzes Leben? Und wo sind die Tassen? Ich will die wiederhaben. Kannst du mir helfen? Kannst du mir helfen?